Nicht wenn er sagt, der Prost ist back! Egal, noch mal jetzt, ey! Mann, was muss ich, was kann ich denn da machen, Alter? Ich zieh Philipp deinen Map ab. Ja? Äh, Philipp ist halt so der Typ, wenn ich Schien nehme, dann bin der Doc. Wenn ich was anderes nehme, dann ist auch was anderes. Wenn ich ihn Laute erinnere, wenn er ihn Laute erinnere, dann ist das lustig. Von daher konnte ich das leider nie ausgleichen. Na, fuck! Da hatte ich zu viel Angst vor der Dings. Na, versuch's mal mit dem K. Kannst du nur nicht umgucken. Allgemein? Was? Ja, halt. Da hatte ich mich so zu. Nach dem Voltax schon. Ach, was mach ich denn? Häng dich doch einfach ran, Alter! Boah, blick hol! Boah! Mein Kopf muss wieder frei werden! Von diesem scheiß Forst doch gerade! Soll du auf den Fall um der Fall. Oh, ich bin sehr frei da. Wie geht es. Ja oder? Ich bin ein Fremi. Ich bin ein Fremi. Wie geht es noch. Eine Fremi. Wie geht es noch. Immer wieder... Wie geht es noch? Boah, was für ein Abzug, Alter. Man kann... Ey, das geht doch nicht. Ja, schlitzig. Ja, richtig kacke. Ich bin total enttäuscht von dir. Ich bin total enttäuscht von dir. Wir Leute mit Drax. Hahahaha. Eheh, ich bin total enttäuscht von dir. Ich bin total enttäuscht von dir. Ich bin total enttäuscht von dir. Aber fuck ist es nicht. Ich bin total enttäuscht von dir. Das sind nur Parabasic Instructions. Ah, ah. Ich bin total enttäuscht von dir. Du bist nur ein Abendswesen und mein Liebesstein. Den Original davon finde ich geil. Ja. Das können wir mal danach machen. Ja, das ist geil. Ja. 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 Ja.